Das war wieder ein gutes Jahr an der Nordseelschule. Was machst du gerade? Ach nichts. Hast du keine Schule? Eigentlich schon. Also hast du Pause? Ja, bin in der Mensa. Cool, sowas haben wir nicht. Bin aber nicht weg. Dann komm doch zu uns. Hier gibt's einiges. Gute Idee. Ich schau mir das mal an. Schmeckt gut, viel Auswahl und auch spontan. Wanne, stell dir mal nicht so an, du bist der beliebteste Lehrer. Ja, du musst mitmachen. Ihr seid doch das für die Team. Dann kannst du ja wieder das Kaffeepulver verstecken. Also was denn, bist du dabei? Ja, sehr gut. Sehr gut. Coole Lehrer, entspannt und witzig. Sport macht hier Spaß. Wir sind hier am Meer. Für jeden ist etwas dabei. Vom Flawboy bis zum Wassersport. Was für Tiere finden wir denn im Bad? Pia? Herzmuscheln. Ja, Merle. Bad Sommer. Ja, dann schauen wir doch mal nach. Ich möchte heute mit euch weitermachen an dem Thema, was die letzte Stunde bearbeitet haben. Zur Nordseeschule gehört auch die Gemeinschaftsschule. Hier gibt es alle Abschlüsse vom ersten Abschluss bis zum Abitur. Das Meer ist nach und um die Ecke. Ich bin gern hier und habe einen Partner aus der Oberstufe. Hier fühlt sich jeder wohl. Wir haben eine Musical-Agie, verschiedene Chöre in Einklassenstufen und mehrere Instrumentalgruppen. Jetzt wird es spannend. Bitte starten Sie. Eine kleine Schule mit moderner Ausrüstung. Ich glaube schon. In den Freistunden gehe ich gerne ins Joost. Da gibt es alles, von Foto bis Musical-Agie und Hausaufgabenbetreuung bis 18 Uhr. Amelie? Oh, Jage! Hallo! Da gibt es ganz gut! Oh, Jage! Oh! 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 Vielen Dank.